Herzlich Willkommen zum neuen YouTube-Kanal. Wir spielen wieder Splatoon 2 online und kaufen uns heute den Sprudelschwopper. Eigentlich wollte ich mir die E-Liter 4K holen, aber dann habe ich gedacht, nee, ich holte sie doch nicht, weil es könnte sein, dass ich damit verliere. Und weil ich ja gerade ein Corporal eingelöst habe, wäre das Blut. Ja, deswegen habe ich gedacht, würde ich mir jetzt doch über den Schwopper, weil damit ist die Chance zu gewinnen. Zumindest mal ein paar. 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 Untertitelung. BR 2018 Hmm... ... 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 Oh nein, ich hab gedacht, das ist nicht vorbei, aber das geht nicht so lange. Nein, ich bin dumm, ich bin dumm. Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm. Ach so. Nein, verloren. Ach nee, komm. Nee. Nee. Verloren, einfach verloren. Nee. 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 Ja. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Ja. Ich würde mich über ein Abonanlage freuen und ciao. Ich bin dumm. Jawab. Da ist da, der ist ganz wichtig.